ja hier eine 3 wird wieder von ihm wieder aus kann jetzt vier betten ja ich denke auch vier betten machte hier wenn er checkt er checkt hier vier bett spot also der die vier bett jetzt gekauft ich denke ich nicht check behind weil selbst mit dem read dass das youtube connect das auf vier bett wie sau aber out of position flette der student connect das auch out of position ich muss sagen das war vor der hand vor er dieser hand mit jack wo er gecheckt schafft hat irgendwie mit queen jacks auf sind deswegen wusste ich nicht ich wusste dass er halt mit student connect das kalt und sowas ja hätte ich wahrscheinlich behind checken müssen wir dann ziemlich seine range hätte doch ja eben das problem ist egal wasser preflop kolt er hat jetzt auf jeden fall troffen entweder trappte uns mit queens plus oder ist es oder was weiß ich oder er kohls youtube connect ist dann hat er auch troffen also ich glaube dass er nicht trappt also treten tut er glaube ich nie oder ich glaube auch nicht dass er jetzt unbedingt hat auch wieder gesnap call das hat auch wirklich so ein timing tell ist bei ihm weil wenn er ein bisschen überlegt dann schafft er oder so oder folie und dann ist gut dann hat das halt aber wenn er so snap call die leute die snap callen auf vier bett und dann haben sie meistens auch solche scheiß hände sowas wie jack 10 suited wo sie einfach mal die ich finde auch wenn hier im ich finde auch im blind battle wenn da jemand also genau das jetzt wenn da jemand out of position die 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 vier bett call das ist so oder trappt eigentlich nie jemand finde ich dass das so oft luft ey oder was weiß ich vor allem wenn sie halt ganz schnell callen dann ist es halt meistens so eine hand die den flop sehen möchte und weniger traps aber ich gebe ihnen ich habe ihnen auch weniger traps gegeben weil es kann halt sein dass er mal jacks plus hat oder sowas aber ist das profitabel diese vier bets da zu callen also ich sehe das jetzt auch immer häufiger also ich denke das ist totaler bullshit aber in letzter zeit sehe ich es auch häufiger keine ahnung vielleicht gab es ein paar videos bei pokerstrading oder so called vier wird jetzt auch auf position gar kein problem keine ahnung doch so bescheuert eigentlich ja ist halt nicht profitabel wenn man also ich würde an seine stelle mit zügel connect dass wenn er davon ausgeht dass ich halt leid bin durch meine vier bett dann also ich sag mal sobald du hier an seiner stelle würde ich dann einfach jam oder folgen ich würde es aber nie callen auf position mit solche händen wie weiß ich nicht sein 19 oder so ich sag mal wenn du hier zum beispiel irgendwas geht sag mal du hättest hier irgendwas getroffen sag mal du hättest hier bube 9 oder bube 8 oder sowas ne du jetzt ja dann finde ich solltest du hier 20 spielen um zu intusen weil treppen tut da eh nicht mit 10 an buben oder so und der wird halt so viel gülle reinstellen dame 10 könig dame könig bube könig 10 oder so ich finde sobald man hier was getroffen hätte sollte man echt übelst intusing bets machen gegen so ein spieler gerade wenn du den read hast dass er oft grab flettet auf vier bett so was wie 25 anspielen oder so also ich auch so ich bette auch klein wir müssen auch nicht viel protekt und zum beispiel mit einer hand wie weiß ich nicht jetzt so was wie ja callen wird da eh so selten denke ich ja und wir geben auch viel mehr raum für fehler deswegen ich habe auch so klein angespielt aber hier habe ich mich zu sehr reingelebelt ich habe es irgendwie geplant bad call zu spielen gegen ein check schafft was halt übertrieben ist fand ich halt nicht gut von mir bis ein bisschen lustig gewesen das habe ich auch gemacht mit als könig neu check schafft und ich dachte mir ja das ist halt du machst eine kleine bett die enthust und dann ja aber ich hätte ja was rappt dann wenn er check schafft ja ich dachte mir aces kinks wird da doch jetzt nicht scharren auf dem bau ja du hättest behind checken sollen aber wenn du hier so ja ja genau genau also wenn du wenn du normalerweise solltest du behind checken finde ich auch aber wenn du hier so klein bettest ich kann das schon halbwegs nachvollziehen dass man hier callt ich habe dann euch auch mit als könig hochgecallt und mein gegner hat halt leider gottes ein flush draw und hat 50 prozent gehabt aber was was check schafft er denn hier der check schafft auch hier keine 9s 8 5s oder so oder 6 7 wenn der kann immer noch 10 7 10 bube haben dame 10 dann kann er hier noch komplette luft haben wie könig dame oder ich dachte mir wenn er jetzt sowas wie weiß ich nicht also er kann ja nicht hier check schafft ja niemals eine 5 und 8 oder 9 und sets eigentlich auch nicht und over pairs auch nicht sollte es macht gar keinen sinn und weil ich halt so zu weit also ich habe halt so weit gedacht und deswegen habe ich halt gecallt und er hat ich finde wenn du 22 spielst zu klein dann finde ich den call jetzt gar nicht mehr so schlecht also ja ich finde weil es so keinen sinn macht was aber was aber und du brauchst 34 prozent pot odds und wenn du wenn du wenn ein ass und ein könig gutes hast du 25 ja gut dann fehlen halt noch 9 aber das gleicht sich halt wieder aus indem er selber mal komplette luft hat finde ich ja und wenn er hier mal so eine 9 schafft dann wird auch sicherlich mal so eine hand schaffen wie queen 10 oder weiß ich nicht absolut guck mal 10 bube wird er auf jeden fall schaffen 10 7 vielleicht sowas wie 6 4 7 4 was weiß ich ich weiß ja nicht genau wie krank der ist aber das macht halt zum beispiel überhaupt keinen sinn das ist so dumm von dem es macht halt gar keinen sinn ich habe mir das wieder notiert und ich dachte mir wenn er hier two pairs schafft dann wird auch sicherlich mal ein bluff schaffen weil ich kann mir nicht denken dass er hier nur nur nats schafft singen das war halt auch wichtig für die hand später mit mit ace jacks ja aber ich denke behind checken einigen wir uns darauf wäre das bessere play gewesen ja das auf jeden fall aber auch und 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 und